Wenn Sie in einem Video Bereiche unscharf machen müssen und gleichzeitig aber zum Beispiel wie hier im Windows Explorer scrollen müssen, ist das nicht ganz trivial, weil ja der Bereich, der unscharf gemacht werden soll, quasi aus dem unscharfen Bereich rauswandert. Ich werde einfach mal zeigen am Beispiel dieser Biergläser, wie ich die unscharf mache und auch dafür sorge, dass die Gläser unscharf bleiben, wenn die Gläser hier sozusagen aus dem Bild heraus scrollen. Wir suchen uns also eine Stelle, wo das Scrollen noch nicht angefangen hat, irgendwo hier vorne, wählen unter den Anmerkungen hier die unscharfe bzw. verwischen ist der korrekte Begriff und ziehen das Ganze hier auf unser Video. Das heißt, das ist jetzt unscharf. Ich ziehe das Ganze hier noch nach vorne an den Anfang und jetzt schaue ich das Video weiter an. Ich zoome dazu ganz auf die Timeline, so dass ich einzelne Frames sehe, drücke die Taste Punkt und wenn das Bild anfängt zu scrollen hier, dann warte ich bis hier unten am unteren Bereich und am oberen Bereich, das nicht mehr passt. Dann gehe ich wieder ein Stück zurück, so hier sagen wir mal und schneide das unscharfe Werkzeug hier auf der Timeline durch mit der Taste S, wie Split. Gehe ein Frame weiter, passt noch, noch ein Frame, passt noch, noch ein Frame und jetzt sieht man schon hier oben wird das Ganze scharfkantig. Also muss ich wieder ein bisschen zurückgehen doch und mache ein Frame und verschiebe das Ganze hier nach oben. Schneide das Video wieder durch, gehe ein Frame weiter, passt noch, hier ist es ein bisschen mehr. So, ab hier wird es unscharf. Schneide das Video durch mit der Taste S, gehe weiter und so weiter, solange bis der unscharfe Bereich aus meinem Inhaltsbereich rausgescrollt ist. Am Ende werde ich dann dieses unscharfe Werkzeug gekürzen bis hier hin und dann schauen wir uns das Ganze nochmal in der normalen Geschwindigkeit an. Wir sehen, das Bierglas oder die Biergläser sind die ganze Zeit unscharf. Andere Bereiche sind nicht betroffen. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber so funktioniert es. Und vielleicht bekommt Camtasia irgendwann ja mal in der Version ein sogenanntes Tracking-Werkzeug, das man nur auf einen Bereich klicken muss und dann bleibt der unscharf, auch wenn sich das Bild verändert. Viel Spaß beim Nachbauen! Bis zum nächsten Mal!